Heio im Vorhof der Hölle. Heute Mopedschrauben. Ich habe Vergaserbank schon rausgerissen, Tank runter, Verkleidung weg, ein Teil, ja, Vergaser raus, Luftfilterkasten und zeige ich euch gleich, aber zuerst mache ich jetzt meine erste Pause hier unten. Boah, naja, so langsam kommt hier endlich Schatten her. Gott sei Dank. So, da liegt die alte Bank. Alte, neue, naja, wie man es nennen will. Moment, ich ziehe mir mal schnell wieder Handschuhe auf. Also das Ding sieht wirklich nicht mehr ganz so sauber aus. Naja, ich werde jetzt auf Auerfälle die neue einbauen oder die andere. Liegt da drüben. Mal auf die Seite. Oder vergleichen wir sie mal. Der Unterschied zwischen den beiden ist, die hat bloß einen Gaszug, der hat zwei Gaszüge, also einen Rückholzug. Tja, und da muss ich halt jetzt gucken, aber ich denke, das sind dieselben Gaszüge. Zur Not habe ich noch den alten hier liegen. Tja, dann kann ich das Ding eigentlich schon wieder einbauen. Und fertig. Aha, dann muss ich noch den Nopsel hier rausziehen. Okay, okay. Also ein Nopsel hier um, weil der Nopsel von der Seite ist im Schlauch geblieben. Tja, und dann heißt es den zweiten, den Rückholgastug auch noch ausbauen. Tja, so sieht es aus. Und die Vergaserbank dann eben mal weggeben zum überholen lassen. Das ist auch hier unten. Die Schrauben sind für die Synchronisation zuständig. Da muss ich nachher meine Röhrchen einschrauben. Ja, und die probiere ich jetzt gleich rauszumachen. Und dann kann ich eigentlich schon den Gaszug wieder einhängen und die Vergaserbank draufsetzen. Ja, so einfach ist das. Leute, mir läuft der Saber runter. Also, es war tatsächlich so, dass ich den Gaszug habe tauschen müssen, weil der für den Eingaszug ist etwas kürzer. Ja, mit leichter Feinjustage, Spaß, hat es dann hingehauen. Die Vergaser sitzen. Jetzt kann ich mal einen Tank draufsetzen und gucken, ob sie so schon läuft. Die vier Schrauben zu synchronisieren habe ich auch schon offen. Mit der entsprechenden Kreuzschlitznuss und dem Männerwerkzeug sind sie aufgegangen. Jawohl. Gut, dann mache ich jetzt kurz das Päuschen und dann setze ich den Tank drauf und dann schaue ich mal, ob sie so schon läuft. Was ich mal fürs Mopedschrauben unbedingt noch organisieren muss, ist so ein Fläschchen, wo man mit Benzin füllt, mit dem Schlauch dran. Ja, wenn der Tank unten ist, dass man Benzin reingeben kann in die Vergaser. Aber im Zweifelsfalle setzt man Tankverkehr drum drauf und hängt ein Spanggurt rum. Gestartet habe ich noch nicht. Das mache ich jetzt mit euch zusammen. Pumpe pumpt. Ich brauche zwei Hände, ich muss ihn jetzt schon gar noch betätigen. Oder die andere Möglichkeit, man dreht den Hauptbenzinhahn auch noch auf, dass das Ding überhaupt einen Sprit bekommt. So, nochmal. Na, jetzt soll ich selber Sprit kriegen. Hm. Hört sich jetzt schon besser an als vorher. So, dann werde ich schauen, dass ich synchronisiere. So Leute, die Schräubchen draußen, alle vier, da sind sie. Und ja, muss ich mir hier mal die passenden Adapterstücke suchen. Und dann schraube ich die drauf und dann synchronisieren. So, die entsprechenden Adapterstücke aufgeschraubt, mit dem Synchrometer verbunden. Die Rändelschrauben sind noch zu. Und jetzt starten wir mal. ... Na ja, bisschen Gas geben. Biss'l mehr Standgas geben hier. dass das ding ja mal läuft naja ein bisschen unsynchron sind sie aber da werde ich mich jetzt noch abspielen dass ich die alle schön synchron hinbekomme viel ist es nicht aber ein bisschen naja kriegen wir schon hin nachher ich würde mal sagen jetzt bin ich mit der synchronisation in einem bereich wo ich zufrieden bin 20 20 und wenn von oben im haus fenster aufgeht und der nachbar runterschreit hört sich besser an hört sich besser an ja dann weiß man definitiv dass das moped sich die letzte zeit sehr blöd angehört hat aber jetzt hört sie sich geil an mache ich meine synchronisationsschläuchle weg alles bauen tank wieder drauf luftfilter etc pp ja und dann heißt es erstmal eine schnelle proberunde drehen und ich sage an dieser stelle noch mal an den großen unbekannten noch mal vielen 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 dank dafür hat mir sehr weiter geholfen es war wirklich bloß ein klitzekleines bisschen die jetzt hier die vergaser die neuen alten ja kann man nennen wie man will vom anderen moped halt vom schlachter wo sie unsynchron waren aber macht doch einen riesenunterschied hat es recht hast du Angst also läuft wesentlich besser ähm ja mit der einstellung muss ich es mal noch gucken vielleicht kann ich das auch machen jetzt muss ich erstmal gucken wie sie läuft du kannst ein bisschen näher kommen bitte ja so ist es gut da bin ich nämlich gut im bild zu und ja wie gesagt mal schauen wie sie läuft morgen wenn ich mal eine große runde drehen oder etwas größere und dann weiß ich Bescheid aber die hört sich jetzt schon mal viel besser an aber heute nur noch aufräumen Arschlecken tschauikowski bis zum nächsten Mal tschauikowski bis zum nächsten Mal